Alter, was stimmt mit den Leuten nicht? Das ist noch einer! Brauch Raketen, brauch Raketen oder irgendwas anderes. Ach du Scheiße, boah wie viele? Wie viele? Einfach voll nicht fair. Alter, wie einfach überall so ein Schwamm rumläuft. Was ist da los? Ich muss den zwischendurch wirklich mal... Ich muss da eigentlich mal die Waffe wechseln, ne? Und von hier auf Plasma-Ding. So, dann haben wir wieder einen weg. Alter, wie viele! Völlig übertrieben, völlig... Völlig übertrieben, völlig... Alter, haben wir es jetzt mal langsam, oder... Was, was, was muss ich denn machen? Aua! Was will er denn? Geh weg! Der ist tot! Da habe ich noch einen gesehen. Alter! Alter! Was ist hier? Ab! Ey! Wo war das? Alter, was hat denn der für ein Aiming-Junge? Dämonen-Dämonen-Präsenz eliminiert. Abregelung aufgerufen. Alter! Schwede! Ich habe den Berserker hier nicht bekommen. Ich hätte... Ich hätte nur auf das Ding da rauf gemusst. Das ist ja ganz toll. Wann sagt mir das keiner? Oh! Fick doch die Wand, Junge. Entschuldigung. Alter, das war aber... Also ohne Berserker, muss ich sagen, haben wir gut gemacht. Aber wir können den trotzdem einmal einsammeln. Weil der lädt uns nämlich wieder auf. Siehst du? Vielfach schaden. Ja, hätten wir gut gebrauchen können. Das hätten wir gut gebrauchen können. So, noch irgendwas. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir auch alles eingesammelt haben. Nein, wir wollen ja nichts übersehen. So, ich müsste da hin. Kann ich mir jetzt aussuchen, welchen lift ich nenne? Oder was? Gerade rüber ist noch was. Gerade rüber wäre noch eine Wüstung. Da oben. Da oben. Wo soll ich da hinkommen? Ich glaube, aber ansonsten haben wir auch alles eingesammelt jetzt. Guck mal, da wäre auch noch ein bisschen hell. Und da ist ein Hebel. Da ist ein Hebel. Ich wollte irgendwas anderes in der Richtung. Wie ich aber da so nicht hinkomme, muss ich irgendwie von hier. Das war zumindest... Ach, die Kettensäge. Och, die hätten wir bei den Fettbobsen nutzen können, ne? Wieder nicht dran gedacht. Im Eifer des Gefechts. Das kotzt mich gerade selber ein bisschen an. Gebe ich auch zu. Zählt der eigentlich noch mit bei der Muni, Alter? Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist 38 von 500. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben bisher mehr aufgerammelt. So, Plasma ist wieder voll. Das Ding ist auch wieder voll. Da die Schrot im Moment nicht voll ist. Wir gucken noch mal ein bisschen rum. Nicht, dass wir auch so Schrotmoni übersehen haben. Das wäre nämlich blöd. Aber ich glaube nicht. Alter, voll die Fitschwabbel, ey. Das war ein übelstes Massaker gerade. Das war nicht mehr feierlich so. Ich kann mir jetzt ja quasi aussuchen. Mit welchem Lift ich nach oben fahre, oder was? Ist das egal? Komme ich an derselben Stelle raus? Mehr oder weniger? Obwohl, ne? Ich glaube, hier unten bin ich noch nicht so sehr rumgelaufen. Hier ist noch ein bisschen Hells. Ich gehe auch noch zufällig ein bisschen Munion rum. Komm ich da runter? Oder gehe ich dann drauf? Da geht's gar nicht rum. Okay. Dann bleiben wir hier noch irgendwo. Hier ist auch noch ein bisschen Hells. Ah, ich bin selten hier unten langgelaufen, tatsächlich. Ich gucke jetzt, weil ich da auch noch rum. Zack. Und dann nehmen wir einfach... Oh, ich bin da noch mal. Ja, das ist toll. Tadümmenummer. Über die war schon hier. Kann ich das hier? Zack. Achso. Achso. Kann ich das hier runter fangen? Könnte ich ja. Und jetzt? Ist ja Ruhe. Da ist nix. Da ist nix. Oh oh. Hört sich nicht gut an. Die Energie-Signatur des Akkumulators zeigt, dass er sich der Spitze der Argent-Einrichtung näher. Wenn sie den Akkumulator in der Nähe des Argent-Strahls zerstört, könnte sie ein Tor in deren Welt schaffen, das wir niemals schließen können. Okay, hier wäre ich da rumgekommen. Also ich wäre wahrscheinlich überall hier rausgekommen, denke ich mal, ne? So, da geht's überall noch hoch. Da drüben wäre noch eine Plattform. Da wäre ich dann mit einem anderen Lift gekommen. Alter, uns fehlen immer noch drei Geheimnisse tatsächlich und noch ein paar Elite-Wachen. Aber... Alter, ist das so unkompliziert gebaut. Zum Glück nicht übertrieben. Ich will doch nur ganz kurz aufnehmen. Was ist denn los mit euch? Was ist das? Muss ich jetzt den alle machen, oder was? So, dann geht's immer da. Da. Was ist denn jetzt hin? Ist, glaube ich, egal, ne? Ich will nur wissen, ob es hier irgendwas gibt. Von das Automap her. Da nicht so. Na gut. Na gut. Na gut. Dann, äh... Äh, meine... Entschuldigung. Okay, kann ich mich nicht täuschen. Ich bin ja auch ein bisschen doof. Das bleibt ja auch nicht raus. Mhm. Mhm. Was war das? Tut mir das gleich weh? Alter. Das sieht aber... Nicht gut aus, Freunde. Irgendwie das Gefühl, ich sollte nicht hier sein. Nein. Alter, es geht nicht durch. Okay. Also, ich sehe, was ich tun muss, glaube ich. So, jetzt fährt da gleich irgendwas rum, ne? Da. Okay, irgendwie nicht da... ... glaube ich, dann rüber, ne? Da jetzt, genau unter mir. Da ist einer. Den hole ich mir. Den hole ich mir natürlich noch. Aber was ich schon schicken, rum können. Den hole ich mir, den rum können. Ich schicken. Ich habe nur, keine Ahnung, wie. Nicht, was soll ich da hinterkommen? Wie soll ich denn hinter den kommen? Und vor allem, wie soll ich da, wenn der wegkommt? In den Fahrstuhl? Komm ich nicht so weit? Hä? Wie soll ich denn, wie soll ich denn an den rankommen, Alter? Wie soll ich denn, Alter, wie soll ich denn an den, an das Püppchen da rankommen? Das denn verstehe ich nicht. Kann ich mich von hier irgendwie da hinterfallen lassen? Ich vermute mal nicht, dass ich über die Oli-Kabel rüberlaufen kann, oder? Ich denke mal, eher nicht. Aber wie soll ich denn da hinkommen, Alter? Muss ich denn da nicht springen, oder was? Ja. Ah. Nice. Geht ja doch. Sehr gut. Zum Ungermodell. Siehst du, haben wir das auch wieder. Da brauchen wir nur noch zwei Geheimnisse. Boah, und die sind irgendwo da oben, Alter. Jetzt muss ich hier wieder hochkommen, ne? Ohne mir den Hals zu brechen. Ich hab keine Ahnung, wie. Aber da fälle man nicht von hier. Äh. Okay. Drei. Zack. Okay, das ist okay. Hervorragend. Tatsächlich. So ein bisschen auf jeden Fall. Da müssen wir nur den ganzen Weg wieder hoch eiern. Aber wir gucken ja, dass wir möglichst alles mitnehmen, ne? Wenn wir das schon auf einmal reparieren, dann können wir das eigentlich auch einsammeln. Zumindest mal also gar kein Problem mit. So, ich gucke mich mal lieber los. Ich glaube, dass wir gleich eigentlich verbunden sind, wenn wir nicht mehr hüpfen. Boah, manchmal bleibt die hier an der Ecke hängen, Alter. Das ist ein bisschen unweil. Ja, ich hab keine Ahnung, wie wir das machen wollen. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, da müssen wir rüberspringen, wenn, äh, der hochfährt, oder? Ja, ich hab keine Ahnung, wie wir das machen wollen. Also, wir sind eh? Okay. Vielen Dank.